Wie ich zum Buggi kam, ist eigentlich eher so eine Dirk Rossmann Geschichte. Ich sage immer wieder, ich hatte einen Teddy einfach nur gefangen. Danach wurde ich verpflichtet, zum Buggi Grundkurs zu kommen. Ich war dann dort, kam dadurch auch in die Turniergruppe unseres Vereins. Und heute tanzen Hannah und ich schon seit sechs Jahren Buggi. Und tatsächlich haben wir es letztes Jahr dann auch bei der Deutschen Meisterschaft geschafft, Deutsche Meister zu werden. Ich bin jetzt schon seit zwei Jahren mit im Deutschen Bundeskader. Und wir freuen uns darauf, was dieses Jahr dann zur Deutschen Meisterschaft und zur WM rauskommt. Ja, also ich tanze seit der vierten Klasse. Da habe ich mich langsam dafür interessiert und bin dazu gekommen. Es freut mich übelst. Also ich habe übel Spaß beim Tanken. Die Sommer-Uli sind alle zwei Jahre. Das macht es umso besonderer. Und genau. Buggi ist für uns heutzutage an sich so schon fast unser gesamtes Leben. Ich weiß nicht, wie viele Wochenenden wir allein dieses Jahr schon dafür geopfert haben. Wie viele Stunden wir da in der Woche dastehen, trainieren. Und immer wieder uns überlegen, was wird es eigentlich. Aber es wird immer besser. Wir freuen uns, was noch kommt. Vor allem auf die Sommer-Uli freuen wir uns jetzt total. Hoffen wir, das Wetter hält euch. Genau. Ja. 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 Ja.